Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mega Man 6. Das erste jährliche Roboter-Turnier lief wunderbar, bis der mysteriöse Mr. X die acht besten Roboter entführte, um die Welt zu erobern. Du schlüpfst in die Rolle von Mega Man, um ihn aufzuhalten. Mega Man 6 war der letzte Teil der Reihe, der für den NES veröffentlicht wurde und feierte einen riesigen Erfolg. Du musst dich durch acht neue Levels kämpfen und den Endgegner besiegen, der in jedem Level auf dich lauert, um seine Spezialwaffe zu erlernen. Außerdem ist es möglich durch den Einsatz von Adaptern, den kybernetischen Hund Rush mit Mega Man zu kombinieren. Als Jet Mega Man kannst du dich in die Lüfte schwingen und als Power Mega Man kannst du deinen Widersachern heftige Schläge verpassen. Bevor wir starten, schauen wir uns kurz an Mega Man 6, das Cover. Das Cover von Mega Man 1 bis 5 war ja ziemlich grottig, aber es wurde immer ein bisschen besser. Bisschen besser und jetzt sind wir bei Mega Man 6 und da haben sie mal ein richtig geiles Cover geschafft. Man fasst das nicht. Mega Man 6 mit geilen Cover. Schauen wir, ob das Spiel auch so geil ist. Jetzt habe ich ganz schön auf geil gesagt. Schauen wir mal, ob es sich zu daraus gezahlt hat. BAM! Volle Animation. Und da ist er schon. Blizzard Man! Okay. Ich kann nach links gehen, rechts gehen, ducken wie immer nicht. Hüpfen geht's, schießen geht auch noch. Wunderbar. Ich kann Start drücken. Ich habe hier noch nicht viel zur Auswahl, weil ich noch nicht freigeschalten habe. Und los geht's! Hier ist eine Roboter-Robbe. Die gibt mir gleich heftig auf die Schnauze. Was ist das hier? Aha, der hüpft von drauf und es explodiert. Okay. Das wollen wir jetzt nämlich gar nicht zum Kennenlernen. Ich habe so das Gefühl, der wird mich hier... Ich komme noch nicht drauf, aber ich kann hier wahrscheinlich einen mit dem Huhn schon holen. Nö. Okay. Keine Ahnung, wo ist mein Hund? Ich dachte, ich kann meinen Hund verwenden und den Rush. Oder muss ich da erst was ich finden? Kein Plan. Auf jeden Fall. Ähm. Ich muss hier noch weiter gehen. Ich kann hier noch nicht höher springen oder so. Ah. Mal schauen, ob der Gegner spawnt. Respawn instant. Ja. Okay. Haben sie hier nicht besser gemacht. Das ist in den alten Teilen. Das Respawn der Gegner ist immer noch instant. Das hat mich dabei schon ungenervt bei Teil 1 bis 5, aber hier genau ident. Okay. Wie komme ich denn darüber? Ähm. Wahrscheinlich gar nicht. Nimm ich mal an. Komm mal raus. Ah. Hat die jetzt blöde Eis. Man rutscht wie die Sau hier. Ich glaube, ich habe mir noch nicht das leichteste Level ausgesucht. Okay. Mal oben gegangen. Und jetzt. Verdrücken. Flüchten. Und dann weiter geht's. Das ist eine nette Mechanik. Das gefällt mir. Gefällt mir gut. Son ist auch ganz nice. Okay. Ähm. Ist das so wieder mal der typische Megamansprung ins Nichts hier? Nur so eine Annahme. Ich muss hier ins Nichts springen. Ja. Geben designmäßig nichts dazugelernt hier bei Teil 6. Muss irgendwie Absicht sein. Diese Sprünge ins Nichts. Ich fand den Entwickler von Megamans wohl irgendwie cool. Ich feiere das nicht. Aber naja. Okay. Da kann man nicht durchgehen. Da brauche ich wahrscheinlich irgend so ein Feuer, den ich sehe. Okay. Äh. Ich dachte, ich kann da vielleicht. Ah. Wenn ich durch. Durch schlittern müssen. Was geht ja. Durch schlittern geht ja. Uah. Aber wie komme ich da? Also da komme ich gar nicht hin. Weil ich dieses Feuer, die ich nicht habe. Gegner respawn natürlich. Instant. Gott ist das mühsam. Geht bitte. Come on. Dreck. Echt jetzt. Halt das abknallen. Uah. So nicht. Na. Ich will treiben brauchen das Ding. Ah. Ähnlich so viel. Man kann aber nur von hinten von vorne. Er hat das ein Schubschild. Dann weiter geht's. Uah. Oh my God. Mit diesem blöden Eis. Der auch geil mit den Eislevel anfangen muss. Zum Einspielen hier ist es gar nicht dran. Ich spiele mega meine 6 zum allerersten Mal jetzt. Also ich habe mega mein 6 echt noch nie gezockt. Ich habe so was gefühlt. Ist es nicht das ideale Level zu beginnen. Deswegen mache ich jetzt mal einen Reset. Einen harten Reset. Und suche mir ein anderes Level aus. Weil Eis und nein. Na das. Das. Ich glaube ich nicht das beste Level zum Anfangen. Wir fahren mal mit. Flame Man. Flame Man. Noch eine kurze Info. Okay ready go. Aha. Ah da unten ist. Tötiges Zeug. Juhu. Und der Schiff ist natürlich genau so. Dass er mich trifft. Kann es auch anders sein. Komm mal. Aber wie komme ich da jetzt rüber? Kann ich so weit hüpfen? Ist es wirklich oder? Oh ja es geht. Okay. Aber. Wie komme ich da nicht rüber? Okay so geht es. Der haut da vorher vorher runter. Weggeballert. Mir schön. Ah. Schleichtes Teil. Oh. Das ist ja Gift. Oh. Der hat das Gift angezündet. Ah. Wahnsinn. Voll der Effekte. Mit der ganzen Mist. Respond Instance. Juhu. Ich bleibe hier auf der Energiekugel und gehe hier weiter. So da. Das stimmt. Mal schauen. So machen. Nehme ich mal an. Wer kann zielen. Äh. Weggeballert den Jungen. Äh. Wie geht es weiter? Was ist das wieder? Wo müsst ihr? Ah. Da schießt so ein Dreck raus. Und das kann ich nicht zerstören. Wie soll ich da rüber? Wieso hätte ich über das drüber sollen bitte? Ah. Oh. Das Mist. Da hätte ich nicht rein dürfen. Und da komme ich nicht mehr raus. Ah. Ah. Nein. Nicht gut. Dreck. Aber. Hä? Wie soll denn das gehen? Hä? Da ist doch nichts zum. Da ist doch nichts zum draufspringen. Ich check's nicht. Hä? Wie geht es denn hier weiter? Ich habe mich hier abgespeichert. Ich kann mich nochmal genauer anschauen. So. da war. Ah. Ah. Schieß mich ab. Und dann schieß ich dich ab. Okay. Jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll ich da rüberkommen? Ohne von dir getroffen zu werden. Ich glaube es geht gar nicht. Na. Kann ich mich irgendwas aussuchen? Ich kann mich einfach nur mit Schaden drüber. Und das Zeug bringt gar nichts. Das kann ich nicht abneu. Ich kann hier nicht drüber hüpfen. Ich kann hier nicht drüber hüpfen. Weil da. Das geht nicht. Kein Plan. Das sagt mir, wie das geht. Muss ich davon ein anderes Level machen. Und dann hier wieder. Und dann ist das ja. Weil ich hier nicht weiter kann. Oder irgendwas check ich hier überhaupt nicht. Leute. Hauptsache das in die Kommentare. Ich halte mich hier nicht weiter auf. Und sehen wir gleich das nächste Level an. Hm. Seltsam. Seltsam. Komisch. Komisch. Was war da denn los jetzt? Hm. Gut. Egal. Wir schauen das nächste Level an. Ähm. Versuchen wir mal. Den Rittermann. Ja gut der alter Rittermann. Kurz. Sehr ritterliches Level. Ja jetzt den ganz ritterlich fertig machen. Da gleich mal der Sprung ins Nichts anfangen. Ich kann das hier wahrscheinlich nicht zerstören. Oder? Nein natürlich nicht. Die Fähigkeit habe ich nicht. Das ist die richtige Reihenfolge. Wenn man die Levels macht. Ähm. Ja. Die ist wichtig. Reihenfolge ist hier anscheinend wichtig. Die Fähigkeit. Komm raus da. Du Schurke. Okay. Und jetzt gehe ich weiter. Aha. Vorrauer platt gemacht. Und jetzt kommt das Ding runter hier. Äh. Hä? Wie hätte ich da jetzt drüber sollen? Okay. Mit weniger hoch springen vielleicht. Okay. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Ich habe vergessen gleich zu schießen. Mist. Was? June. Was? Ja. Ja. Jetzt müssen wir uns pflegen. wir gehen noch mal hin und dürfen nur ganz kurz antippsen aber auch nicht zu kurz woher soll ich nur wissen woher soll man das wissen ja gut gleich wieder energie gedankt jetzt die lassen oder schön mit aufweite durchgehen jetzt warten wir noch bis da oben ist ja ich bin ein bisschen zu weit vor angestanden blöd nicht so gut gemacht du blöd mann so genug abstand halten darauf geht gleich wieder mit aufweiter laufen ja so hauptsache hin so funktioniert auch mit dem bohrer ok jetzt jetzt geht es hier wieder weiter recht weggeballert das ding schöne grafiken schöne grafiken muss man schon sagen was bist du für einer ich glaube ich brauche sie oder muss ich auf dich draufhüpfen nein ich glaube da nicht mehr raus ich habe zum glück abgespeichert der hilft mir nicht ich dachte es ist vielleicht ein freund aber wie er mal hat bekanntlich wenig freunde sondern nur feinde in seinem spiel alles ist immer nur feindlich da oben drüber und sagt lass mich in ruhe lass mich in ruhe ich mache jetzt einen schuh okay ich bin ach so naja das geht doch jetzt nehmen wir das rad das hilfsmittel sehr schön auch funktioniert ich muss ein paar landern gehen nicht dass er wieder instant es ist da miera off ich werde rot ho Megaman, warum bist du so schwer? Ja, auch Teil 6 ist nicht gerade einfach. Weinen und Leiden mit Megaman. Eine neue Ausgabe von Weinen mit Megaman. Aha, wenn ich ihn einmal treffe, schaut er raus. Okay. Aha, Hugs, weg. Okay, das hat funktioniert. Ein bisschen Energie aufsammeln hier. Ja, das hat ihn. Ja. Was bist du? Ah, ich will es angemacht. Ein Freund. Ein Freund. Megaman hat doch Freunde. Ja. In den Spielen kommt es ein manchmal so vor. Da ist es wieder nur Feinde haben. Gut, schauen wir weiter. Schöner Hintergrund hier. Aber, ja, fehlt mir nur noch das Parallax-Trawling. Und wie wir glauben, dann hat sie ein Submitende Spiele von der Grafik. Oder? Ist schon ziemlich fein. Also besiegt ein Nintendo-Verhältnis. Roller, roller. Das kann schon was. Ähm, Energie-Container kann ich mir nicht holen. Oder glaube ich zumindest. Okay, das hat sich weggeballert. Aha, da ist ein Schwert im Hintergrund. Interessant. Und jetzt? Aha. Ist das gut, wenn ich hüpfe, oder eher schlecht? Äh. Äh. Okay, ich darf nun nicht gegen die Stacheln hüpfen. Äh, es ist leichter gesagt, was getan. Ah, ich bin auf dem Weg. Ich habe es irgendwie überlebt. Volle Energie geht es weiter. Affen rauschauen lassen. Affen rauschen lassen. Abfetzen. Affen rauschen lassen. Abfetzen. So. So geht das. Affen rauschen lassen. Achs. Komm mal. Achs. Volle in einem Däckchen bekommen. Aber jetzt kenne ich es ja schon. Ja, so geht das. So wird es gemacht. Er kommt nicht noch mal, ist klar. Aber ich werde nicht böse, wenn ich sie abschießen würde. Also, ich werde nicht mehr so was. Gut, weggebelebt das Zeug hier. Na, jetzt wieder bei der Flipper. In Flipper mache ich es besser, Leute. Wirklich. Na, bitte. Na, bitte. War doch besser, oder? Achs. Und hier geht es. Hier geht es zu Meint Boss. Hier geht es zu Meint Boss. Das kennen wir schon als den anderen Teil. Immer wenn dieser abgeschlossene Raum da ist, wissen wir. Jetzt geht es um die Wurst. Oder um den End Boss. Ja, es geht. Ob der End Boss eine Wurst ist oder nicht. Warte, schauen wir mal, was er kann. Ah, der Kampfluss. Ich kann so gar nichts. Er macht mich einfach so instant blatt. Okay. Dann tun wir es noch mal. Okay. Ich mache dich alle mal. Okay, da hätte ich drüber helfen müssen. Hm, nicht eine gute Strategie. Damals versuche ich es. Damals versuche ich es. Noch drauf bei einem, dass das Zeug heilt. Wenn er schießt, drüber hüpfen. Äh, das hüpfen müssen schon längst. Naja, geht's nicht. Wer hüpft, muss ich unter ihm durch. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Nicht gut. Ja, Gott. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Kann ich mich drüber hüpfen auch? Ich bin sicher. Ich bin mir jetzt kurz zurück. Schauen, was ich dann mache. Nicht zurückgehen. Geh frei. Okay. Okay, dann hüpft er instant. War es Zufall oder macht er es immer so? Wir werden es gleich erfahren. Okay, okay, okay. 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 Aha. Komm mal. Wie ist denn ein Mist hier? Okay. Ah, das wollte ich so lässig durchsladen. Nö. Ist nicht drin gewesen. Ah, geh weg von mir. Noch mal. Mach dich platt, Mann. Ich mach dich platt. Nein. Ah, ich dachte, er schießt noch mal. Ah, ja, 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 ja. Ah, ist möglich. Ja, ist definitiv nicht möglich, aber... Ach, es ist zu spät. Sekunde zu spät gilt. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Letzter Versuch, Leute. Einmal probier ich noch. Was? Voll auf die Fresse. Hey, ausgedrückt. Ah, voll auf die Fresse. Gut. Na, ha, ausgedrückt. Sehr gut. Sehr gut. Richtig gut schaden gemacht, ey. Na, okay. Den schaffe ich jetzt auf die Schnelle nicht, will ich mal sagen. Den schaffe ich jetzt auf die Schnelle garantiert nicht. Gut. Sagen wir mal, das war's hier mit Mega Man Teil Nummer 6. Jetzt habe ich gezeigt Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5 und Mega Man 6. Leute, wenn ihr bei allen Teilen dabei wart, dann haut mir das mal in die Kommentare rein. Und sagt mir, welcher Teil ist am besten. Ich finde ja Teil 6 war schon ziemlich cool. War schon ziemlich cool. Fast schon das Highlight der Serie. Obwohl ich den ersten Teil natürlich auch sehr mag. Schwierige Entscheidung. Ich bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Danke, danke, danke. Daumen hoch, da freue ich mich. Und natürlich abonnieren, falls ihr es nicht schon längst getan habt. Jede Menge NES Games gibt es hier zum Sehen. Ciao, ciao Leute und bis bald.